Aus meiner Sicht geht es nicht immer um die neue Entwicklung oder die technische Weiterentwicklung, sondern auch um die Vernetzung der Themen, also die Anwendbarkeit von vorhandenen Tools, von vorhandenen Instrumenten, von vorhandenen Entwicklungen. Es ist sozusagen auf den Ständen viel los, es ist sozusagen ein großes Interesse, es ist eine große Bereitschaft, sich mit den Themen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Also es ist eine lebhafte Diskussion, würde ich sagen, zu den Themen.